recht herzlichen dank für wahnsinnig 8000 abonnenten hätte ich nie im leben daran gedacht dass es überhaupt noch so weit geht jetzt ist es soweit ich möchte gern was verschenken diesmal ein magnet angesetzt und komplett set bestehend aus dem hardcore von magnetor ein ordentliches seil 1300 kilo also könnt ihr ein auto mitziehen und die neuen triton handschuhe von magnetor wie ihr das gewinnen könnt oder bekommen könnt einzige voraussetzung ihr müsst mir in die kommentare reinschreiben wieviel gullideckel ich bei dem video magnetfischen extrem vollidioten gefunden gefangen habe so jetzt klar nur musste mal vorbeikommen hier so jetzt bin ich aus dem konzept gekommen also schreibt rein wieviel kommentare wieviel gullideckel ich dort gefunden habe und auslosung würde ich sagen machen wir in der woche also vielen lieben dank nochmal und wir sehen uns dann beim nächsten video